Ach Mann Schatz, ich habe einfach so wenige Follower auf Instagram. Ich war in 11,8 K. Mann, das hat einfach jeder Funks. Mäuschen, mach dir nichts zum Kopf. Trifft aus, die mehr als Theresa hat. Ich weiß nicht, ich muss einfach etwas ändern. Ich habe es ja schon immer gesagt, zeig mehr deinen Arsch und nicht jemanden diese Leoparden Leggings. Hä? Letzte Zeit ruf mich die ganze Zeit jemand anonym an. Ignorier es. Warte mal schnell, es klopft an der Tür. Ich muss da mal schnell schauen. So, schau mal an, was da los ist. Hallo? Nein, aua! Ah! Mendi! Mendi, was ist los? Mendi, melde dich! Oh, was ist das? Hallo? Nein! Was hier ist los? Was soll das? Diese Schuhe kenne ich doch. Alex, dieser verdammte Wichser. Oh, das hat aber weh getan. Sag mal, was war denn das für ein Klebeband? Ich habe mir doch gerade erst meine Lippen aufspitzen lassen. Es tut so weh. Natürlich ist es ein echtes Klebeband. Es ist auch eine echte Entführung. Ja, du glaubst, das soll ich ja nur für den Livestream so aussehen, aber auch nicht in echt. Ja, ja, ist okay Miss Instagram. Mach du weiter da unten deine Fotos und ich geh mir schon mal einen Gin. Willst du auch weinen? Ja, ja, komm mach du. Ich muss eh noch ein paar Selfies machen. Scheiße! Mendi! Tim ruft an! Was soll ich tun? Hä, was für ein Zufall. Ich brauche einfach nichts. Hey Kimi, was geht da? Wo ist Mendi, du Arschloch? Ja, jetzt komm mal runter, ey. Ich weiß auch nicht, wo Mendi ist. Ich weiß, du hast sie. Ich bin gleich bei dir, du Psycho. Fuck, nee. Scheiße, Mendi. Tim weiß, dass du bei mir bist. Was? Wie geht das? Wie haben wir davon erfahren? Ja, das weiß ich noch nicht, woher ich das weiß. Bestimmt für deinen fucking Instagram. Was? Also, das kann doch nicht sein. Okay, ist gut. Ich kläre das mit Tim. Ich kläre ihn jetzt auf. Alex, mach auf, du Arschloch. Hey Timi, jetzt beruhige dich. Die ganze Entführung ist ein Fake. Alex, wo ist sie? Mandy ist bei mir unten im Keller und macht Selfies für ihr fucking Instagram. Jetzt beruhige dich wieder. Ist alles okay. Tim, Schatz, mir geht es gut. Das ist alles so gespielt. Mach doch einfach mit. Ihr seid krank. Ich gehe und kläre die Sache jetzt auf. Es ist geklärt. Tim hält dicht. Du sollst ihn später anrufen. Okay, ich muss eh noch ein paar Selfies machen. Dann, bis zum Schluss. Weißt du, wenn 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 du, bist. Du kannst, dass du dir, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn. Es ist eine gute Idee.